Guten Tag, heute ist der dritte Tag in der Folge, wo ich hier stehe und die Frage vorlese. Es sind halt viele Fragen, ich versuche das in fünf Videos zu klären, hoffentlich, kriege ich das hin. Ihr kennt mich ja. Serien oder Filme? Wenn Serien, dann nur eine hat mich gerade interessiert, die kommt auch auf YouTube. Da habe ich schon mal, was sind meine Lieblings-Youtuber, könnt ihr auf die Playlist mal gucken, was da abgeht. Warte, mein Handy, oder es wird kalt halt. Meine Lieblingsserie, Moment, Battle... 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 ...Fuel... ...Planet Web. Äh. Dann, und bei Filmen, mag ich eigentlich sehr viele Filme, aber... Wenn mich Filme interessieren, dann sind das auch gute. Wie Fass in den Filmen ist. Boah, geiler Film. Geiler Film, ich muss Ihnen echt sagen. Das sind die besten Teile, die ich in letzter Zeit sehr gerne gucken würde und stundenlang gucke. Konsole oder PC? Wieso stellt ihr mir diese coole Fragen und ich habe keine Antwort? Okay, jetzt war ich schlau. Schnell weiter Fragen, dann kann ich auch immer wieder Fragen, äh. Beantworte in Videos immer mal. Konsole oder PC? Ich sage, oder ich würde jetzt spontan sagen PC, weil da sind sehr viele Sachen. Was aber bei der Konsole perfekt ist, ist die Tatsache. Einmal, Bahn. Vielleicht sieht ihr das ja jetzt gleich. Die Bahn ist immer wieder cool. Ähm. Cooler Operflow. Also, auf jeden Fall, äh, bei Konsole, da hat man eine Hardware und nicht so viel Geld ausgegeben. Dafür ist die aber perfekt und, äh, spielbar, die Spiele. Bahn, Kopf. Da, da, da! So. PC, da muss man die Hardware schon ganz genau gucken, was passt, was nicht. Und dann klappt das so meistens nicht mit Spielen, weil FPS ist zu wenig oder man kann es nicht aufnehmen und und und. Deswegen, ich finde Grotz im PC cooler, weil da sind soweit alle Spiele, die mich halt interessieren. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und tschau.